Auf der Erf Galon, die größte Kunstmeste in Deutschland. Ich werde jetzt mal hier meinen Rundgang machen. Mit meinem Freund Dr. Lübcke. Wir würden uns einen schönen Tag jetzt hier machen und uns von der wunderbaren Kunst begeistern lassen. Wahnsinn. Tolle Farben, super gut. Ja, ich glaube, das ist immer noch gut. Vielen Dank. 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 Oh, ich suche ja noch einen Platten-Spieler. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.